Das ist das Größte, wenn man diese Lebensfreude anschauen kann. Ich war ja sechs Jahre depressiv, aber seit ich die Merle hab, ist mein Leben noch mal ganz neu losgegangen. Die sind empathische Wesen, die haben ein extremes Gespür, gerade was zwischenmenschliche Sachen anbelangt. Ich suche eine Frau, mit der ich meine Leidenschaft voll ausleben kann. Der Hund macht mich glücklich. Ihr solltet euch nicht zu sehr an den Hund gewöhnen. Ich mein, was ist, wenn er wieder weg ist? Der Wagen ist aber auch eine Waffe. Allerdings. Ich habe noch eine Waffe. Ich hoffe, es geht wiederum. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Arbeben. Ich bin mir. Ich bin mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017